Willkommen im digitalen Zirkus! Hey, das hätte ich eigentlich sagen sollen! Danke, dass Sie gekommen sind, meine Damen und Herren! Wir sind bald wieder da! Hey, was ist denn mit Pomni los? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es geht ihr nicht gut! Pomni! Psst! Hör auf zu schreien! Hey, was ist denn hier los? Officer, unsere Kollegin ist ohnmächtig geworden! Und dieses Schwert! Psst! Der Detective ist an dem Fall dran! Warst du das? Ich gehe besser! Was glaubst du, wo du hingehst? Keiner verlässt den Tatort, bis ich herausgefunden habe, wer Pomni getötet hat! Die ersten Verdächtigten sind Kane und Ragatha! Okay, wir müssen den Tatort mit Klebeband einkreisen! Wow! Sie macht mir Angst! Also gut! Der erste Hinweis ist Ragathas Körper! Vorsicht! Fertig! Fertig! Hast du das gesehen? Das ist verdächtig! Für wen war das? Hm, das ist ja interessant! Wem gehört das Fell? Du gehst zu den Beweisen! Weißt du, wem es gehört? Ragatha, vielleicht ist es deins! Ich beobachte dich! Oh, ich bin zu Hause! Aha! Ich wusste es! Oh nein! Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück! Lass mich mal sehen! Ist es eine Fälschung? Natürlich nicht! Das glaub ich dir nicht! Okay, Jax, es wird Zeit, dir ein paar Fragen zu stellen! Bleib stehen! Ich beobachte dich! Aha! Und versuch nicht zu fliehen! Was ist hier los? Kann das jemand erklären? Ich bin derjenige, der hier die Fragen stellt! Tu etwas! Oh, natürlich! Ein Hund! Hm, das ist nicht das, was ich brauche! Okay! Jetzt halt das! Oh, eine Karotte! Schau! Ruh! Da ist nichts! Aha! Ich wusste es! Nein, nein! Ich wollte nur einen Snack! Ja, das wirst du vor Gericht erzählen! Jetzt bist du einer der Verdächtigen! Okay! Gib die Karotte zurück! Du wirst mir alles erzählen! Es wird ein langes Gespräch werden! Hey, lass dich nicht ablenken! Das ist das Verhör! Schon vergessen? Es ist zu hell! Mich legst du nicht rein! Antworte! Warum hast du Pony getötet? Was war das Motiv? Kannst du bitte das Licht wegnehmen? Oh nein! Was? Wo ist dein Geheimnis? Sag es mir! Dreh dich um! Hinter dir! Glaubst du, ich falle auf diesen Trick rein? Was ist da? Dreh dich um! Oh, du willst mich reinlegen? Da ist niemand! Vielleicht verrät uns dein Koffer mehr! Was haben wir denn da? Eine Waffe? Ich wusste es! Ich muss sie öffnen! Was ist das? Gefällt er dir? Er sieht so gut aus, hm? Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen! Lass uns weitermachen! Aha! Ich habe dich durchschaut! Ist das die Mordwaffe? Oh, was redest du denn da? Das ist ein Gemüseschäler! Siehst du? Jetzt kannst du sie essen! Hm! Das scheint eine Sackgasse zu sein! Warte mal! Es ist Ragattas Auge! Schau! Toll, ein weiteres Beweisstück! Der Fall wird immer komplizierter! Okay, Jax, vielleicht habe ich mich geirrt! Sieht aus, als wärst du es nicht! Ich muss mehr über Ragatta herausfinden! Aha! Das war's! Du kannst gehen, du bist frei! Puh! Jetzt muss ich mit Ragatta reden! Es ist so stressig! Ich hoffe, sie hat mich nicht gehört! Oh nein! Was ist das? Ah! Ich kann nichts sehen! Wo ist sie? Hä? Erwischt! Jetzt erzählst du mir alles! Bitte, Frau Polizistin, geben Sie mir mein Auge zurück! Bitte! Ich werde es annähen! Hm? Meine Scannerbrille! Dieser Job ist für dich! Eine potenzielle Gefahr! Oh nein! Genau wie ich dachte! Hier ist die Mordwaffe! Es ist nicht so leicht, mich zu täuschen! Zeit für ein ernstes Gespräch! Im Namen des Gesetzes, du bist verhaftet! Sind es Hatschellen? Ups! Was? Du versuchst zu fliehen? Tut mir leid, aber nein! Hey, wo bin ich? Du bist beim Verhören, das ist besser für dich, wenn du kooperierst! Wir haben dein Auge gefunden! Oh, wo ist es? Bitte gib es mir zurück! Hör auf, mich anzufassen! Ich glaube, ich habe es gefunden! Vielen Dank! Ich habe schon so lange danach gesucht! Oh nein, wie macht sie das nur? Ich habe es angenäht! Viel besser! Hey, hallo, Officer! Hör auf! Ich brauche Antworten! Jetzt, wo ich es sehe, kann ich etwas tun! Ah, so! Wow! Gefällt es dir? Ist das wirklich für mich? So schön! Danke! Lass mich dich umarmen! Lass uns beste Freundinnen sein! Das bist definitiv nicht du! Darf ich gehen, Officer? Natürlich! Tschüss! Sie ist so süß! Freunde für immer! Hey, was ist das? Woher kommt das? Eine riesige Bürste? Wie verdächtig! Wem gehört sie? Ganz genau! Sie ist definitiv von Kane! Aber ich brauche Beweise! Ja! Und hier ist es! Ich wusste, dass ich es irgendwo gesehen habe! Jetzt kann er nicht mehr davonkommen! La, 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 la! Oh nein! Ist Kane okay? Ist etwas passiert? Ich muss nachsehen! Hey! Lebst du noch? Wach auf, Kane! Was ist los mit dir? Ich habe mich so erschrocken! Warte! Was ist mit dem Fernseher los? Oh Gott! Oh nein! Nicht er! Kane, ich flehe dich an! Wach auf! Es ist nicht die beste Zeit zum Schlafen! Wir sind in Gefahr! Er ist hinter uns her! Kane! Oh, ich habe eine Idee! Das sollte helfen! Wer hat schon Angst vorm Kitzeln? Na endlich! Hey! Mach das nicht nochmal! Sieh mal! Oh oh! Sieht aus, als hätten wir große Probleme! Das Wichtigste ist, dass wir keine plötzlichen Bewegungen machen! Ich habe eine Idee! Das sollte ihn aufhalten! Ich kümmere mich um ihn! Oh nein! Der Akku ist leer! Leute, bitte liked dieses Video, um den Akku aufzuladen! Wir brauchen wirklich eure Hilfe! Beeilt euch! Einfach toll! Jetzt toll sie dir! Das war einfach! Sieh dir nur diesen Lappen an! Jetzt ist er nicht mehr so furcht anflößend! Hatschi! Oh, warte! Das ist Kaufen, wo mein bester Freund! Ups! Das ist ja peinlich! Du hast mich reingelegt! Ragata, ich dachte, wir wären Freunde! Tut mir leid, es war ein Unfall! Das war's! Ende der Freundschaft! Was ist das? Hä? Kane! Ich kann das erklären! Genau das brauche ich! Komm schon, beweg dich! Hey, ganz ruhig! Oh, jetzt werden wir es herausfinden! Sag es mir! Aua! Hör auf! Sieh mal, was ich hier gefunden habe! Ist das deine? Es wäre so schlimm, wenn... Oh, fast hätte ich es fallen lassen! Wenn deine kostbaren Zähne bestätigt werden! Du willst doch nicht, dass das passiert, oder? Bitte nicht meine Zähne! Geständnis! Officer! Hinter deinem Rücken! Was ist da? Wow! Ah! No! Hey! Du tust mir doch nichts, oder? Bitte! Tu das nicht! Wow! Puh! Was war das? Ich bin gerade noch entkommen! Wo willst du hin? Wir lassen dich nicht gehen! Hey, was machst du da? Du hast kein Recht dazu! Hm? Wir haben noch einen Verdächtigen und das bist du! Aber ich bin es nicht! Du musst es beweisen! Wir werden die Wahrheit aus dir herausprügeln! Tu das nicht! Haha! Ich kümmere mich um sie! Du steckst in großen Schwierigkeiten! Ah! Schau hinten! Das kaufen wir dir nicht ab! Hä? Wer ist das? Oh nein! Du steckst in Schwierigkeiten! Was machen wir jetzt? Binde mich bitte los! Ah! Schneller! Komm schon! Lass uns rennen! Folgt mir! Puh! Das war knapp! Wir können ihn nicht rennen lassen! Ne toll! Jetzt kommt er nicht mehr vorbei! Was war das? Wir müssen hier weg! Ich habe Angst! Das muss ein Mörder sein! Ah! Was für ein Albtraum! Oh! Ich habe eine Idee! Sag es uns! Oh ja! Wir werden ihn zurückschlagen! Wir müssen uns bereit machen! Jetzt ist er in Schwierigkeiten! Versuch einfach hier reinzukommen, du! Seid ihr alle bereit? Dann nichts wie los! Zeigen wir ihm, wer hier der Boss ist! Wow! Entschuldigung! Gehe lieber nach hinten! Hm! Kane? Ich dachte, ich hätte mich um ihn gekümmert! Sieht aus, als hätte das nicht gereicht! Hey, Buddy! Buh! Was? Es ist nur ein Skelett in einem Anzug! Wie seltsam! Aha! Erwischt! Du kannst nicht entkommen! Hey! Ich habe ihn! Komm her! Jetzt werden wir herausfinden, wer sich unter der Maske versteckt! Endlich! Was? Ist das ein Pferd? Das ist komisch! Genug gescherzt! Freddy? Oh nein! Ich glaube, wir sind in Schwierigkeiten! Schlagen wir ihm den Kopf ab! Hey, Freddy! Wo ist er hin? Oh nein! Oh! Wo ist er? Du kommst mit mir! Er ist hier! Ah! Er ist es wieder! Ich muss mich zusammenreißen! Ich war noch nie hier! Besucher? Interessant! Ich werde ihr meine Gastfreundschaft zeigen! Freddy? Oh! Bitte beruhige dich! Habt sich! Lass mich in Ruhe! Das ist eine Falle! Was? Schon wieder? Naja, nein! Ah! Ein Tausendfüßler! Ich hasse Tausendfüßler! Genug! Schleich dich nicht so an mich heran, oder weißt du, was ich dann mache? Jetzt bist du freundlicher! Das gefällt mir! Was denkst du? Was für ein süßer Kerl! Ah! Hilfe! Oh, sie ist weg! Das ist okay! Ich überlasse sie dem Nachttisch! Und ich werde eine neue Waffe ausprobieren! Ich muss noch den Baby sehen! Hey! Bist du da? Hey! Das ist komisch! Er ist zu dumm! Lass uns fliegen! Tumtik! Ja! Was ist denn hier los? Ich kann ihn nicht halten! Ah! Was ist mit dem Hammer los? Ah! Ich bin dran! Leute, helft mir, den Hammer zu heben! Okay, hör auf! Sind das deine Tricks? Es ist Zeit, die Rechnungen zu bezahlen! Noch ein paar Likes und ich hebe es auf! Oh! Stopp! Hm? Oh! Ja! Ups! Ich muss los! Aber nicht so! Ah! So ist es besser! Lass uns deine Freunde suchen! Ich habe ihn gefunden! Macht es dir Spaß? Okay! Wir spielen nachher ein bisschen! Das ist ein Albtraum! Er hat alle in Puppen verwandelt! Warte mal! Ich weiß, wie man ihn ablenkt! Bären lieben Honig! Aber sie wissen definitiv nicht, wie man ihn öffnet! Vor allem nicht mit Klebstoff! Genug! Okay! Das sollte ihn aufhalten! Fang es! Was ist das? Ein Geschenk? Ich liebe Honig! Es ist zu eng! Hey, mach auf! Hey! Das ist meine Chance! Hoffentlich merkt er es nicht! Pomni? Komm mit mir! Hab keine Angst, Baby! Ich werde dich retten! Ach wirklich? Sie wird ganz überrascht sein! Warte! Jemand hat mir eine SMS geschickt! Umdrehen! Oh! Es hat Zeit, dass wir uns mit dir befassen! Pass auf! Pomni, wo bist du? Es ist niemand hier! Wow, Schatz! Das hab ich verdient! Lecker! Nur noch ein bisschen mehr! Oh nein! Arme Pomni! Freddy kann sie nicht allein lassen! Bommel! Was? Wer bist du? Kissy! Wer hat dir das angetan? Mein Schatz! Ich werde ihnen nicht verzeihen! Warst du das? Ich suche nur nach meinen Freunden! Das war alles Freddy! Ich habe genug! Jetzt bist du ein Wächter! Ich habe es satt! Wozu brauche ich das? Diese Neulinge! Ich zeige es dir! Ah! Es ist zu heiß! Du könntest es einfach erklären! Ich hätte mich verbrennen können! Ich habe keine Zeit für sowas! Was für ein Fiesling? Wo sind sie hin? Ich bin es jetzt schon leid, sie zu jagen! Was ist denn mit dir los? Sie ist doch keine Animatronik! Huh! Ah! Schließt alle Türen schnell an! Sie kommt! Ich stecke in Schwierigkeiten! Was? Aber wie? Ha! Zieh am Finger! Das ist komisch, aber okay! Ha! Hüpp dich! Bitte tu das nicht! Lass mich in Ruhe! Ich werde dich nicht verfolgen! Ah! Sie ist verrückt! Ich habe es kaum geschafft! Ein Fernseher? Toll! Jetzt kann ich mich entspannen! Ich habe es verdient! Oh, Turncheck! Ich liebe sie! Was haben wir sonst noch? Neue Bezüge! Was könnte besser sein? Ist der kaputt? Oder gibt es keinen Sender? Ist jemand hier? Hey! Was machst du hier? Geht's dir gut? Was für ein Abtraum! Es sieht aus wie ein schlechter Traum! Ah! Ich kann mir dich holen! Nein! Mir reicht's! Willst du Verstecken spielen? Herausforderung angenommen! Sie ist weg! Autsch! Die falsche Richtung! Dieser Ort wird immer unsicherer! Es ist, als wären alle verrückt geworden! Hoffentlich ist niemand hier! Sieht aus, als wäre ich allein! Hey Freddy! Wir sind deinetwegen gekommen! Ich kann es nicht glauben! Zwei von ihnen? Du kannst nicht irgendwo hinlaufen! Ich werde mich verteidigen! Woher hat er es? Ich habe keine Angst! Uno Reverse! Was? Wie das nicht? Oh! Dein Kopf! Loser! Jetzt sind wir an der Reihe Spaß zu haben! Oh ja! Aber wir müssen das Baby wieder zum Leben erwecken! Meinst du, das klappt? Schon schick! Vielleicht noch einmal? Komm schon! Okay! Das stimmt eindeutig etwas nicht! Kannst du zuschlagen? Das ist es! Nein, 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 nein! Vergata, warte! Schau! Es geht nur um die Laser! Jetzt werden wir alles in Ordnung bringen! Ist das alles? Ich bin bereit! Und du? Bereit! Tschüss! 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 Oh! Baby! Geht's dir gut? Wir sind so froh, dass du wieder da bist! Was ist denn mit Freddy los? Hm, er ist es wieder! Warum schaust du mich so an? Hey! Fliegen! Können wir mehr Süßigkeiten haben? Pommi! Ich habe dich so sehr vermisst! Was? Ah! Lass mich los! Hör auf mich zu jagen! Fang an! Was ist das? Ah! Gib mir die Süßigkeiten! Ich habe keine Süßigkeiten! Oh! Nun, deine Zeit ist gekommen! Nur nicht sieh! Ich gehe! Ich werde dich nicht mehr belästigen! Was machst du da? Willst du einen Trick? Komm zu mir! Es ist so gruselig! Ah! So heiß! Du kannst nirgendwo hinlaufen! Aus dem Weg! Ist sie verschlossen? Das gibt's doch nicht! Lass mich raus! Was ist das? Kaufmord? Nein! Wir müssen uns keine Sorgen mehr um ihn machen! Du hast recht! Ich kümmere mich um ihn! Wo ist er hin? Es scheint alles klar zu sein! Wir müssen wachsam sein! Bommel! Bommel! Wow! Wer bist du denn? Gleiche Frage! Ein neues Mädchen? Ich erinnere mich nicht an dich! Aber wir suchen nach neuen Mitarbeitern! Was? Du bist Wachmann, richtig? Hier ist dein Hut! Bitte! Geh an die Arbeit! Das ist dein Arbeitsplatz! Geh nicht vor morgen früh! Also kann ich erst mal zeichnen! Lasst uns die Kameras überprüfen! Toll! Wir haben beide etwas zu tun! So schön! Hey, hör auf! Es sind Monster! Sie werden nicht deine Familie sein! Das werden wir ja sein! Also schlag dir das aus dem Kopf! Es ist klar! Oh nein! Sie sind schon da! Schließt alle Türen! Schneller! Puh! Das war knapp! Ich hasse sie! Affe! Ah! Wir gehen nicht durch! Hey, was ist das? Du kommst mit mir! Ah! Jemand muss helfen! Ah! Gabby! Er ist weg! Oh nein! Sie kommt mit! Puh! Wenigstens bin ich es nicht! Wo bringen sie sie hin? Was haben sie vor? Ähm, können wir reden? Okay! Wir können sie nicht weglaufen lassen! Bitte nicht! Es wird schnell gehen! Haha! Bring es zu Ende! Was ist das? So süß! Gib es hier! Das Rätsel ist fertig! Freddy, lass sie uns behalten! Wirklich? Oh! Ich glaube, Freddy gefällt diese Idee nicht! Hahaha! Willkommen in der Familie, Baby! Oh, ich dachte wirklich, du würdest mir etwas Schreckliches antun! Nein, wir werden dich lieben! Wow! Du machst also keine Witze? Bist du glücklich? Wow! Das ist mein Traum! Das müssen wir feiern! Chica ist so kreativ! Wir werden dir einen neuen Freddy machen! Das ist alles, was du brauchst! Bist du bereit? Oh, ist es schon Nacht? Mit Kaffee halte ich es nicht lange aus! Ich muss alle Kameras überprüfen! Hm, alles klar! Oh, ich kann meine Augen nicht mehr offen halten! Oh nein! Ich sehe aus wie ein Zombie! Ich kann nicht mit diesen Augenringen herumlaufen! Es scheint niemand da zu sein! Ich starte eine geheime Beauty-Hack-Aktion! Agent Bunny ist bereit! Gut, dass niemand da ist! Zuerst muss ich Foundation auftragen! Toll! Du wirst uns nie wieder sehen! So viel Kaffee! Meine Lippen sind ganz rissig! Ich trage etwas Lippenstift auf! Vielleicht sollte ich das neue Pulver testen? Nein, ich glaube, ich habe alles im Griff! Ist das wirklich funny, Vanny? Ich hätte nicht erwartet, ihn hier zu sehen! Etwas Lipgloss? Oh, danke! Noch etwas? Oh, es ist so schön! Du bist nicht funny! Ah! Du bist noch nicht fertig! Oh, richtig! Ah, Freddy! Das wirst du nicht mehr brauchen! Meine Schminktasse! Hey, komm zurück! Ho, 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 ho! Hey, Baby, ich habe dir etwas mitgebracht! Wow, das ist Gabby's Set! Jetzt gehört es dir, willst du es ausprobieren? Ich will wirklich anfangen! Mach deine Augen zu! Ich bin sicher, dass du mit deinem neuen Make-up toll aussehen wirst! Lass uns noch etwas Eyeliner auftragen! Es sieht schon sehr süß aus! Cool! Ich bin noch nicht fertig! Jetzt noch die Nase! Perfekt! Noch ein paar Details und du bist mein kleines Ebenbild! Hab Geduld! Sieh dich nur an! So cool! Gefällt dir mein Make-up? Ich liebe es wirklich! Ich auch, Baby! Der erste Punkt ist geschafft! Ich werde das nicht so stehen lassen! Nur mal Animatronic! Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst! Lass dich einfach von mir fangen, Freddy! Du wirst dich von deinem Kopf verabschieden! Das war's! Jetzt bin ich zu aufgeregt! Puh! Ich muss mich beruhigen! Nur noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Schicht! Endlich! Weg mit der Uniform! Ich will Komfort! Oh, was könnte besser sein als frisch gebrühter Kaffee? Jetzt lass uns spielen! Ah, das ist er schon wieder! Ich schalte es besser aus! Oh, ich habe gerade eine Idee! Wenn ich ein ganzes Arsenal habe, dann wird Freddy mir keine Angst machen! Es wäre toll, wenn er ein Baum wäre! Ich brauche etwas Ernsthafteres! Oh ja! Ich habe gefunden, was ich gesucht habe! Flehe um Gnade, Freddy! Ich bin schon auf dem Weg zu dir! Hey, wach auf! Leute, wie kann ich Freddy aufwecken? Freddy schläft tief und fest und hört mich wahrscheinlich nicht einmal! Was? Hey, Freddy! Was ist, wenn... Oh! Ich kann nichts sehen! Wo bin ich? Aha! Hier bin ich! Das Spiel ist aus, Freddy! Was ist das? Jetzt kannst du nicht mehr entkommen! Oh, du bist der Nächste! Tschumschick! Wo bin ich? Leute, helft mir, hier rauszukommen! Nur eure Likes können diese Barriere beseitigen! Wow, es klappt! Puh, ich muss weglaufen! Hey, gibt es keine Gebühr? Was für ein schlechtes Timing! Komm schon! Noch eine Aufnahme! Wie dieses Video! Oh! Du bist mit dran, Kumpel! Haha! Was soll ich als nächstes tun? Vielleicht den Hut suchen? Tschika, wo ist er? Ich habe ihn! Du kannst ihn haben! Hey, nimm es mir ab! Es ist zu groß! Hm, ich finde, du solltest da reinwachsen! Warte, ich weiß, was zu tun ist! Zum Glück! Warum bist du hier? Wo ist der Borden? Da ist ein ganzes Lagerhaus! Okay, letzter Versuch! Ich stecke fest! Hilfe! Der Hut sagt mich ein! Wow, was ist das? Lass mich los! Es tut weh! Da ist etwas Schweres! Warum? Warum gerade ich? Ich hab's! Aber wie? Oh! Hahaha! Ah! Lass mich los! Au, es beißt! Puh, ich bin gerade noch entkommen! Ich muss vorsichtig sein! Man weiß nie, wo man sie das nächste Mal sieht! Was ist los? Hast du meinen Hut angefasst? Schlag mich nicht! Das ist komisch! Oh, alles ist da, wo es sein soll! Ich glaube, du könntest auch einen Hut gebrauchen, Baby! Wir brauchen Filz! Zum Glück! Die Schere ist stumpf! Aber die Zähne sind scharf! Lass uns weitermachen! Jetzt rollen wir den Filz auf und befestigen ihn mit einer Klebepistole! Fertig! Der Zylinder ist fast fertig! Wir müssen nur noch die Details ankleben! Tschumchik! Was sagst du, Baby? Probier es an! Danke! Gern geschehen! Was denkst du? Sehe ich schon aus wie Freddy? Dieser Hut ist perfekt! Den können wir von der Liste streichen! La 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 la! Ich werde die schönste Uniform haben! Oh ja! Jetzt werden alle wissen, dass ich ein Held bin! Der beste Wachmann des Jahres! Hey! Kann ich es mir ausleihen? Lass mich los! Okay, lass los! Was machst du da? Ah! Hier! Kein Grund für all diese Bewegungen! Danke für die Maschine! Freddy hat meine Heldenuniform ruiniert! Das wirst du bereuen! Das ist genau das, was wir brauchen! Eine Nähmaschine? Wo hast du die denn her? Jetzt können wir anfangen, den Anzug zu nähen! Danke, ich wollte das selbst machen! Alle Materialien sind hier! Lasst uns die Polsterung aus Polyester und Stoff nähen! Das sieht gut aus! Ich glaube, das Baby wird es lieben! Hey, willst du es anprobieren? Ich habe etwas für dich gemacht! Sieht großartig aus! Das ist perfekt! Setz dich hin! Du und ich sind wie zwei Erbsen in einer Schote! Ich liebe es! Jetzt brauchen wir nur noch die Handschuhe! Wo bekommen wir die? Oh, tolles Material! Freddy schläft sowieso schon! Ah, was machst du da? Raus hier! Aber ich wollte dem Baby helfen! Wie hätte ich sonst die Handschuhe machen sollen? Ich benutze natürlich nicht meine Füße! Sei nicht böse! Hey, das könnte funktionieren! Was? Redest du von meinem Schlüsselbund? Genau! Ich muss vorsichtig sein! Wir können den Verwandlungsprozess beginnen! Gib ihn mir! Das sollte funktionieren! Chum, chum, chick! Toll! Es ist besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe! Fertig! Juhu! Nimm es! Du bist so großzügig! Danke! Danke! Ups! Nimm ich das! Ah! Chica! Was hast du getan? Ich bringe alles in Ordnung! Hab Geduld! Komm schon! Geht es dir jetzt besser? Oh! Mein Körper! Danke! Puh! Was macht ihr da? Oh, wir brauchen dich! Wir haben dir die Handschuhe gemacht! Wow! Jetzt habe ich die Pfoten! Ruh! Ich werde den Tanz des Roboters perfektionieren! Was hört sie da? Hey, Chica! Ich will es auch! Vielleicht nicht, Freddy? Habt ihr größere Kopfhörer? Die passen nicht rein! Dann muss ich meinen Kopf abnehmen! Apropos Ohren! Das Baby könnte ein paar gebrauchen! Hm! Lass uns alles entfernen, was wir nicht brauchen! Schneide die Pilze aus Pappe aus! Jetzt wickeln wir sie in Flüssstoff ein! Toll! Zum Schick! Unsere Ohren sind zugenäht! Schneide kleinere Ohren aus dunklem Stoff aus, um Volumen zu schaffen! Mit etwas Kleber können wir die Teile miteinander verbinden! Perfekt! Jetzt können wir alles auf den Haarreifen setzen! Zum Schick! Schön! Was ist mit meinem Kopfhörern? Wie kann ich jetzt Musik hören? Cool, nicht wahr? Oh Baby! Du musst sie anprobieren! Wow! Aha! Ich bin ein echter Bär! Jetzt zeige ich es dem Wachmann! Alle werden Angst vor mir haben, genau wie Freddy! Gib mir fünf! Es ist Zeit für die Rache! Gabriel! Warte! Autsch! Mach keine Dummheiten! Weißt du noch, wer hier das Sagen hat? Ich brauche deine Hilfe nicht! Du bist nicht mehr der beste Wächter! Ich nehme dir den Titel weg! Ich nehme dir den Titel weg! Ist das klar? Raus mit dir! Okay! Die Wächter stellen nicht irgendjemanden ein! Aber ich brauche einen neuen Partner! Und dieser Typ hat eine tolle Erfolgsbilanz! Es ist Zeit, Verstärkung zu rufen! Hallo Michael, wir brauchen dich! Hey, komm rein, Neuling! Hallo! Ich bin bereit für den Dienst! Tolle Einstellung! Hey, was ist das für ein Geräusch? Ich überprüfe die Kameras! Hey, was ist mit den Kameras los? Pikkaboo! Hast du das auch gesehen? So gruselig! Wir müssen es uns ansehen! Ah, das ist ja furchtbar! Mach die Luftschleuse zu! Das war knapp! Toll! Jetzt bist du dran, alles zu kontrollieren! Ich werde nicht gehen! Komm schon schneller! Du gehst! Auf keinen Fall! Was kann dir schon passieren? Okay, ich bin kein Fackling! Ah, ich bin blind! Ich hoffe, es wird alles gut! Es ist noch nicht gruselig! Ah! Hilfe! Halte durch, ich hole dich raus! Gib nicht auf! Danke, Partner! Mach zu! Puh, das war knapp! Er hat mir fast das Bein abgerissen, aber du bist gerade noch rechtzeitig gekommen! Ich wette, das hat wehgetan! Lass mich die Wunde versorgen! So ist es besser! Ja, ein bisschen! Das wirst du brauchen! Du hast mir wirklich geholfen! Schau dir die Zeit an! Wir haben die erste Nacht überstanden! Wow! Super gemacht! Markieren wir es in unserem Kalender! Voilà! Fertig! Nächste Nacht! Freddy, wir haben ein neues Ziel! Mal sehen, wie lange sie durchhalten! Keiner hat je alle fünf Nächte überlebt! Ich glaube nicht, dass sie etwas Besonderes sind! Wir werden sie in unsere Sammlung aufnehmen! Im Ernst? Ich bin schon vorbereitet! Sieht lecker aus! Stopp! Das ist nichts für dich! Bist du auf Ärger aus? Warum bist du so nervös? Mach mich nicht wütend! Aua! Mein Kopf! Es wirst du berein, Chica! Du hast anscheinend vergessen, wer ich bin! Da! Hab erbarmen, Freddy! Entspann dich! Wir haben Wichtigeres zu tun! Also wer ist dieser Typ? Sie haben keine Ahnung, dass wir hier sind! Sei vorsichtig! Das ist der Ort! Hier ist er! Haha! Ich rufe dich zurück! Was ist das für ein Geräusch? Michael, bist du das? Wer ist denn da? Aua! Genau ins Auge! Sei still, sonst bemerken sie uns! Das wird dir helfen! Probier es an! Das ist überhaupt nicht hilfreich! Hör auf damit! Lass uns hier abhauen! Hey, weg da! Wow! Eine coole Brille! Ich bin ein echter Bandit! Entwarnung! Und hier auch! Jetzt die Halle! Oh nein! Was? Michael, komm her! Freddy wird uns heute nicht in Ruhe lassen! Gabi, dreh dich um! Er macht alle Kameras kaputt! Was für ein Schurke! Und was sollen wir jetzt tun? Wir müssen uns auf diese Nacht vorbereiten! Ich weiß! Lass uns die Ersatzkameras aufstellen! Sieh mich nicht so an! Ich habe ein Problem mit meinem Bein! Und mein Herz tut weh! So ein Feigling! Okay, ich mach's! Das tut weh! Hör auf, dich zu verstellen, Lügner! Haha, es hat geklappt! Ja, das ist mein Traumpartner! Na und? Muss ich so hochklettern? Ich werde es nicht erreichen! Da hilft auch mein Sprung nicht weiter! Danke! Jetzt werde ich es richtig schnell machen! Und warum war Gabi so verängstigt? Da hast du's! Kannst du mich sehen? Gabi, hallo! Coole Strecke! Das war einfacher, als ich dachte! Was? Freddy? Bist du da? Ah! Lass los! Was ist hier los? Michael, komm da raus! Schneller! Er ist ganz in der Nähe! Lass mich los! Er kann mich nicht hören! Michael, lauf! Ich kann mir das nicht ansehen! Nichts wird uns helfen! Morgen? Perfektes Timing! Es ist nicht mehr meine Schicht! Puh! Und schon ist der zweite Tag vorbei! Es ist nicht mehr viel übrig! Toll! Ah! Was willst du von mir? Bist du bereit, Chica? Dann lass uns loslegen! Was? Wie viele Typen sind hier? Alle Taschen, die wir hatten! Deshalb suche ich immer nach ihnen! Okay, das war's! Hey, lass mich los! Keiner wird deinen Schreien! Egal, wie sehr du dich anstrengst! Du weißt, was mit den vorherigen Wächtern passiert ist, oder? Und das gleiche wird mit dir passieren! Hast du das letzte Wort? Noch eins! Haha! Ich werde nicht aufgeben! Oh! Das tut weh! Das war mein Fehler, Kumpel! Hast du die Hühnertollwut? Oh! Du steckst in Schwierigkeiten! Ah! Hör auf! Was? Es ist morgen! Wow! Ich bin der geborene Überlebenskünstler! Es ist Zeit, von hier zu verschwinden! Hey, Gabby! Bist du hier? Armes Ding! Ich werde es nicht so stehen lassen! Ich werde alle Kameras überprüfen! Hm! Heute ist es ganz schön ruhig! Puh! Ah! Wechsel! Nimm ich das! Sie sind mit voller Wucht zurück! Ich habe genug! Zeit ist zu beenden! Gute Nacht, Beamte! Eine Videopremiere? Ich liebe Barbie! Sie ist die Beste! Wen haben wir denn da? Werden Sie den Film zeigen? Ich bin ihr Fan Nummer 1! Sieh mal, Puppe! Du bist es! Hä? Du kannst nicht entkommen! Bitte nicht! Oh! Warte mal! Hallo! Gut, wie geht's? Was? Wie kann er es warten? Ich werde... Lass mich in Ruhe! Ich habe hier einen Anruf! Ein Date? Wow! Das ist so cool! Er hat dir einen Ring geschenkt? Das reicht! Ich habe genug! Ich stehe hier schon seit einer Stunde! Verabschiede dich, solange du noch kannst! Ich liebe dich auch! Ah! Geh weg von mir! Ah! Ich bringe! Habe ich dich! Hehe! Hey, lass mich nicht allein! Der Hoffnungsschimmer ist also verpasst! Halt nicht bewegen! Oh, ihr seid beide hier? Ah! Das ist unfair! Leute, ich brauche eure Hilfe! Eure Likes werden den Akku aufladen! Bitte beeilt euch! Lasst mich in Ruhe, ihr Monster! Ah! Tu es weg! So heiß! Wie habt ihr das gemacht? Deine Federn! Puh, danke! Leute, ihr habt mich gerettet! Es war eine lange Nacht! Aber ich habe überlebt! Wuhu! Die erste Hälfte ist geschafft! Wir können uns entspannen! Ja! Wer ist das? Ein Wächter? Er könnte helfen! Ich muss ihn anrufen! Hallo, Mr. Huggy! Ich brauche einen Wachmann! Ah! Mein Herz ist fast stehen geblieben! Wirst du mich vor ihm beschützen? Ist das Freddy? Ich bin schon so lange auf der Suba nach ihm! Wow! Was für ein Schlag! Ich schlage ihn in zwei Sekunden K.O. Hahaha! Hey, Huggy! Dreh dich um! Was? Da bist du ja! Hab keine Angst, Gabby! Puh! Verlierer! Was willst du jetzt machen? Ich brauche nur einen Sparing-Partner! Und das nennst du einen Schlag? Mein Arm! Er ist gebrochen! Hör auf zu schreien! Der Kopf wird explodieren! Aber nicht beinahe! Drei Punkte! Du bist ein echtes Monster! Bitte! Tu mir nicht weh! Es ist zu spät, Gabriel! Hau ab! Aua! Bitte hör auf! Umarmung! Tut mir leid! Kja! Was hast du getan? Ich kann nichts sehen! Mein Gesicht! Es ist Zeit rauszugehen! Sei einfach still! Ja! Keine Zeit zum Ausruhen! Sie können jeden Moment kommen! Wie? Ah! Erschreck mich nicht so! Schrecklich! Gut, dass ich rausgekommen bin! Ah! Da sind sie wieder! Das war knapp! Ich hatte heute schon genug Überraschungen! Nur das nicht! Mama! Ich werde so tun, als wäre ich ein Spiegel! Wo ist er hin? Er war doch eben noch hier! Es hat funktioniert! Hm? Das ist ja seltsam! Ich glaube, er versteckt sich irgendwo! Ich habe Glück! Ich muss ein Auge auf sie haben! Ich sollte mich besser verstecken! Wer ist dieser leckere Typ? Hilfe! Diesmal kannst du nicht weglaufen! Ich fange dich auf! Auf keinen Fall! Auf Wiedersehen, Chica! Was wollen Sie von mir? Amber! Ich werde alles geben, um dich zu finden! Ma'am, brauchen Sie Hilfe? Meine Tochter wird vermisst! Vielleicht haben Sie sie gesehen? Es tut mir leid! Das ist so traurig! Da bist du ja! Ah! Geh weg! Bitte hilf mir! Hauptsache, du drehst dich nicht um! Aber ich kann sie nicht in Schwierigkeiten lassen! Und was ist das? Ich habe eine Idee! Hey, Chica! Das ist für dich! In Ernst? Wow! Cool! Das ist für dich! Danke! Ich werde es brauchen! Los geht's! Er wird uns nicht mehr belästigen! Und wo ist Gabby? Das ist die dritte Runde! Warte mal, das ist... Oh! Du bist pünktlich! Chica macht Chip-Chip! Oh nein! Hab keine Angst! Es wird schnell gehen! Nun nein! Hör auf zu rennen! Es ist Zeit zu kämpfen! Ah! Genau ins Knie! Das ist mein Markenzeichen! Ich glaube, du brauchst es jetzt mehr! Danke! Hey! Viel Glück! Mach's gut! Sie haben mich wieder reingelegt! Ah! Es ist Zeit, den Zaubertrank dieser Schönheit zu probieren! Oh! Hey, was machst du denn hier? Oh, Mittagessen? Ich kann nur mit! Hm! Huhn! Ah! Du bist ein echtes Monster! Ah! Verrückt! Das werde ich dir nie verzeihen! Hm! Ich vergaß, dass du ein Huhn bist! Geh weg, sonst bist du der Nächste! Hey! Bereuge dich! Sag mir nicht, was ich tun soll, oder ich rufe KFC an! Du bist so nervig! Du hast mir den Appetit verdorben! Oh nein! Ist das Freddy? Hey! Hi Gabby! Wo warst du? Michael, ich bin so froh, dich zu sehen! Du warst die ganze Nacht weg! Endlich ist es morgen! Wir können einen weiteren Tag abhaken! Jetzt bist du dran! Danke für dein Vertrauen! Haben wir wirklich nur noch eine Nacht? Hey Freddy! Ich heiz nicht mehr aus! Lass mich in Ruhe! Ich bin auch erschöpft! Puh! Ich muss mich ausruhen! Was? Meine Zeit zum Ausruhen! Wir müssen uns auf die letzte Nacht vorbereiten! Du willst doch nicht, dass wir scheitern, oder? Und was glauben diese Wächter, wer sie sind? Mit deinem neuen Upgrade werden sie uns nicht aufhalten! Trag dich, Chica! Lass sie uns zerquatschen! Viel besser! Los geht's! Hm, so still! Oh, was ist denn in den Fluren los? Ich glaube, sie haben aufgegeben! Hallo! Hm! Wach auf, Gabby! Lass dich nicht unterkriegen! Sie können jederzeit kommen! Wach auf! Ich bin wieder allein! Ich habe eine Idee! Kaffee wird helfen! Komm schon, kau ihn! Hm! Arabica! Ich steh auf! Hey, wach schon auf! Mama, nur noch fünf Minuten! Sie sind schon da! Hier bin ich! Nur nicht das! Sie werden uns fressen! Es ist zu spät, Kinder! Bitte wach auf! Wir müssen uns retten! Das ist deine letzte Nacht! Verabschiede dich vom Leben! Ich verliere dich an, Gabby! Mach die Augen auf! Was soll ich tun? Warte! Was ist das für eine Flasche? Trink, Gabby! Schneller! Hm! Was ist passiert? Michael? Ruf mich, Wade! Zeit, diesen Monstern eine Lektion zu erteilen! Jump, trick! Nicht langsamer werden! Nein! Ich glaube, sie haben einen Kurzschuss! Wir haben gewonnen! Lass uns hier verschwinden! Hey, hallo! Hey, Gabby! Was ist los mit ihr? Amber, bitte komm zurück! Du hast sie immer noch nicht gefunden? Sei nicht traurig! Wir werden dir helfen! Wo könnte sie sein? Das ist ein Abwassergitter! Ich muss mich umsehen! Das Licht ist komisch! Ich glaube, sie ist da! Aber die Gitterstäbe? Das! Nagelspuren! Sie führen genau hierher! Es gibt keinen Zweifel! Ich muss es Ihnen sagen! Mach sie bitte nicht nass! Entschuldigung! Willst du mich verarschen? Papa, kann ich in die Kanalisationen gehen? Natürlich! Sie werden nicht kleben! Du machst mich so wütend! Oh, sie sind schon trocken! Komm mit mir! Hier! Schau, Amber ist da! Oh, Amber! Oh, schau! Ich glaube, sie ist da! Liebling, du bist ein Genie! Natürlich! Ich bin's! Was für eine Familie! Wie bist du nur darauf gekommen? Sie werden nachkommen! Was ist das? Ein Teenage Mutant Ninja Turtle? Hey du, Panzer! Das ist eine Superkraft! Hey! Was willst du? Was? Du wirst nicht bestehen! Kawabanga! Warte! Weißt du, wem das Fell gehört? Interessant! Sie ist definitiv diejenige, die meine Schwester entführt hat! Was redest du denn da? Das Monster muss sie schon zerfetzt haben! Das ist ja furchtbar! Ich werde helfen! Sieh mal, was ich habe! Ninja! Eine Rauchbombe! Bumm! Jetzt gehört sie dir! Warum? Willst du, dass der Feueralarm losgeht? Ich zeige es dir! Wo ist er hin? Ich kann nichts sehen! Hey! Das ist ein Shadow Style! Kawabanga! Oh! Wow! Das ist cool! Ich stimme zu! Komm schon! Aber nutze sie weise! Ich hoffe, du bekommst deine Schwester zurück! Toll! Wie hast du gesagt, dass es funktioniert? Schon wieder dieser Rauch! Wo ist er hin? Psst! Hab ich dich? Ja! Du bist ein toller Ninja! Das ist der letzte Kumpel! Danke, Ruff! Viel Glück! Viel Glück, Wade! Tschüss! Ich glaube, sie ist da! Wir haben sie immer noch nicht gefunden! Meine Amber! Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe! Sieh an! Sieh an! Und hier ist das zweite Feuer! Ah! Wer bist du? Lass die Waffe fallen! Ah! Heiß! Wow! Was hast du getan? So schwer! Hilfe! Ah! Hab ich dich! Ich bin gleich wieder da! Geh nicht weg! Oh, warte! Das kannst du nicht machen! Und ich wollte nur geröstete Marshmallows! So warm und gemütlich! Sieht lecker aus! Hey, ich bin kein Kamin! Lass mich los! Eins, zwei, drei! Das Feuer ist besiegt! Nee! Das war einfach! Gern geschehen! Ciao, ciao! Feuer! Schon schick! Ich habe das zweite Element! Jetzt musst du nur noch Wasser hinzufügen! Hahaha! Bis zum nächsten Mal.